Tennissocken. Auf dem ersten Blick unverkennbar. Doch beim genaueren Hinschauen mit einem außergewöhnlichen Design. Doch was könnte dieses Muster bedeuten? Denn die Inspirationsquelle hinter diesen bunten Abbildungen erkennt man nicht unbedingt auf den ersten Blick. Was hatte es mit diesen Socken auf sich? Dieses Muster... an nix. Strichmännchen. Wenn Sie mal nach rechts schauen, die Fenster sich angucken. Jawollo! Das ist das gute Kaffertap, was den Duisburger Hauptbahnhof zusammenhält. Richtig gute Socken. Also nicht schlecht, wenn man weiß, was es ist. Es ist schon eine coole Idee. Ja, auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Schon cool. Auch wie war lustig. Das sind doch die Aufkleber hier oben an der Scheibe. Ja, ist doch hier Identität von Duisburg. Also gehört dazu. Ja, die hätte ich gerne. Bekannte von uns hat die, ne? Ja. Der heruntergekommene Duisburger Hauptbahnhof hat mittlerweile Kultcharakter über die Stadtgrenzen hinaus. Doch in der Form gibt es ihn ja bald nicht mehr. Grund genug für Annathair Möhlen, ihn auf Socken zu verewigen. In ihrem kleinen, aber feinen Atelier in Neudorf hatte sie die Idee dazu. Denn sie hat in den maroden und notdürftig geklebten Fensterscheiben mehr gesehen, als nur etwas Abrissreifes. Also eigentlich ist das ja immer ein Kästchen mit halt unterschiedlichen Mustern drin. Und das finde ich immer, das ist halt quasi so eine Wiederholung, die dann immer wieder anders ist. Und das finde ich halt irgendwie total spannend. Und jedes, also jedes Kästchen hat ja wieder eine andere Form. Und dann habe ich mir ja fünf Kästchen rausgesucht, die auch alle nebeneinander liegen. Und genau, habe dann die Form quasi wiedergegeben. Die Socken in Duisburger Hauptbahnhof-Style können direkt in der Boutique oder online gekauft werden. Neben den Tennissocken findet man hier auch noch viele weitere ausgefallene Kleidungsstücke und hochwertige Accessoires. Als Duisburgerin lag es Annathair Möhlen am Herzen, das Image ihrer Heimatstadt zu verteidigen. So entstand letztendlich auch die Idee für die Socken. Es haben halt sehr viele Leute Videos hochgeladen und gedreht, halt vom Duisburger Hauptbahnhof, von den Fenstern. Und mal waren es einfach nur die Fenster, so im Vorbeifahren mit der Handykamera. Und dann gab es aber auch so Sprüche wie super hässlich und hier wieder in Duisburg. Und ich meine, das passt halt auch irgendwie so zum allgemeinen Bild und dem Image, das Duisburg halt hat. Und genau, das wollte ich halt nicht so auf Duisburg sitzen lassen und habe dann überlegt, dass man da auch was Schönes draus machen könnte. Duisburg braucht sich also nicht zu verstecken. Denn Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Manchmal braucht es nur Menschen wie Anna, die darauf hinweisen. Darum versteckt sich hinter der Design-Idee auch eine kleine Message. Dass man halt vielleicht mit einem anderen Blitzwinkel an eine Sache herangeht, dass man halt Sachen, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht ganz so schön, ein bisschen trist, quasi dekonstruktiv daherkommen, dass man da nochmal hinguckt und dann vielleicht auch einen gewissen Kunstwert erkennt, also in dieser Unperfektheit. Aus hässlich wird kunstvoll und in diesem Fall sogar modisch. Anna Temmölen hat Duisburger Kult für die Ewigkeit festgehalten oder einfach warme Socken kreiert.